Kennst du noch die zwei alten Männer aus der Muppet-Show namens Wolldorf und Städler? Sie sind boshaft, schimpfen über alles und jeden und finden alles nur noch grässlich. Als Zuschauer finden wir das lustig, aber im realen Leben ist es im wahrsten Sinne des Wortes bitter. Egal, ob man selber betroffen ist oder solche Menschen in seinem Umfeld hat. Betroffene sehen sich als Opfer von allem Schlechten, das ihnen vermeintlich von anderen zugefügt wurde. Sie beklagen sich darüber, ungerecht behandelt worden zu sein und nicht bekommen zu haben, was ihnen zusteht. Menschen, die mit dem dauerhaften Gefühl der Frustration, Boshaftigkeit, wachsendem Groll sowie einer negativen Lebenseinstellung leben, sind in der Regel verbittert. Dabei geht diese Emotion nicht nur mit Hoffnungslosigkeit, Niedergeschlagenheit und Hilflosigkeit einher, sondern oftmals auch mit Aggression und Zorn. Teilweise richtet sich der Groll sogar gegen sich selbst in Form von Selbstbeschuldigungen, ganz nach dem Motto, wie konnte ich nur so dumm sein und mich jahrelang so für andere einsetzen. Vermeintlich sind ältere Personen häufiger verbittert als junge Menschen. Letzten Endes macht dieses unschöne Gefühl jedoch vor keinem Alter Halt. In jungen Jahren tritt es möglicherweise vermehrt als kurzfristige Reaktion auf und geht bestenfalls wieder vorüber. Bei Rentnern und Senioren hingegen äußert es sich oftmals auf chronische Art und Weise, weil sich im Laufe des Lebens viele Faktoren summieren und die Bitterkeit somit steigern. Die eigene Verbitterung kann der betroffenen Person zudem eine gewisse Orientierung geben sowie eine Art Lebenssinn verleihen. Es ist ihr individueller Weg und ihre persönliche Entscheidung, das Leben auf diese Art und Weise zu führen. Im schlimmsten Fall kann dies sogar zu einer Verbitterungsstörung führen. Doch warum genau gibt es eigentlich so viele verbitterte, alte Menschen? Hier kommen die häufigsten Ursachen für Unzufriedenheit im Alter. 1. Langeweile und Frust Viele Menschen fallen mit dem Rentenantritt in ein tiefes Loch, weil ihr Alltag sich von heute auf morgen komplett ändert und die gewohnte Tagesstruktur wegbricht. Wer nicht in der Lage ist, sich im Alter eine neue Lebensaufgabe zu suchen, die erfüllend ist, und dem Tag eine neue Struktur zu verleihen, wird sich möglicherweise eher mit belanglosen und negativen Dingen auseinandersetzen. 2. Trauer und Einsamkeit Verbitterung entsteht häufig auch durch Verlust und wenn sich eine Lebenssituation plötzlich ändert. Der Tod des Ehepartners, von Freunden und Angehörigen oder von geliebten Haustieren können mögliche Auslöser sein. Nach einem Schicksalsschlag sehen viele keinen Ausweg, über ihre Trauer hinwegzukommen und soziale Isolation ist häufig die Folge. 3. Überforderung und Entfremdung Die Welt verändert sich unaufhörlich. Der rasche gesellschaftliche Wandel, technologische Fortschritte und kulturelle Veränderungen können dazu führen, dass sich ältere Menschen von der modernen Gesellschaft entfremden und sich unverstanden fühlen. Getreu dem Motto, früher war alles besser. Sie haben oftmals Anpassungsschwierigkeiten und sind mit Innovationen überfordert. 4. Gesundheitliche Probleme und Schmerzen Körperliche Beschwerden und Erkrankungen können dazu führen, dass Betroffene nicht mehr so aktiv sein können wie früher. Beides kann psychische Probleme verursachen und einen Teufelskreis mit sich ziehen. Einerseits verstärkt permanente Niedergeschlagenheit das Schmerzempfinden. Andererseits verstärken Schmerzen wiederum Depressionen. Die Folge ist möglicherweise, dass Betroffene sich mehr und mehr zurückziehen, in die Einsamkeit rutschen und sich noch mehr auf ihre körperlichen Probleme fokussieren. 5. Mangelnde Unterstützung und Pflege Im fortgeschrittenen Alter kann auch der Mangel an sozialer und emotionaler Unterstützung zu einem tiefen Gefühl der Verbitterung führen. Wer sich nicht mehr ausreichend um sich selbst kümmern kann und es nicht mehr schafft, den Alltag zu bestreiten, kann von seinen Mitmenschen enttäuscht sein. 6. Kränkungen und Verletzungen Wir alle erleben im Laufe unseres Lebens seelische Verletzungen, sei es durch unbedachte Bemerkungen, Missachtung, Abweisung, Beleidigungen oder Kritik. Doch innere Kränkungen können uns psychisch krank machen und bei manchen Menschen zu tiefer Verbitterung führen. 7. Traumatische Lebenserfahrungen Verbitterung ist in den meisten Fällen das Resultat von Verletzungen, die nicht verarbeitet wurden. Diese kann sich im Laufe des Lebens entsprechend steigern, je mehr Traumata eine Person erlebt hat und unverarbeitet lässt. Die Verbitterung an sich ist quasi schon eine seelische Verarbeitung von traumatischen Lebenserfahrungen. Das war's zum Thema, warum Menschen im Alter plötzlich boshaft werden. Hier kommt unser Spruch to go. Wenn du verbittert bist, frisst es dich innerlich auf und richtet bei dir sehr viel größeren Schaden an als die Menschen, die dich verletzt haben. Dann sind die Menschen, 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 die Menschen,